da mann von holen ihr müsst das jetzt sein mann er die größe die kräfte sie können wenn er geht hierbei übersteht entdeckt sollte ich nur erging keine enden gewesen so mann gut Ah, hier gibt's Quests. Ja doch, gibt's hier, aber die sind 64, die Kollegen. Also gehen wir mal aus, dass du erst ab 64 vor du bist. Ich heiz hier einfach durch, oder? Mh, mach mal nicht. Oh, ich bin mit dabei! Oh. Du bist verfolgt. Hier gibt's auch diese Gurtschlechte und so und so, wie der Tier ist was einsammelt. Wenn die auf dem Weg stehen. Ach, nimm ruhig! Gibt's auch Punkt für? Alles gut drüber hier. Das stimmt. Ja, mach mal. Weil sie diese Mieschen noch diesen Mana brandt, ne? Mh. Das war sogar als, als Jäger früher echt scheiße. Da hatte man ja noch Mana. Ja, stimmt. Ja. Führer früher. Ja. 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 Da geht's nicht so lange. Hm. Ja. 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 sie wegläuft, anstatt sie kämpft Nö, das weiß ich nicht mehr Du bist ansteigend hier Zu dir Oh mach den doch weg, das ist doch nur einer Das Geräusch aber klingt, als würde ich nur irgendwo so ein Damen und Herren Volke den Leichen Hm Ich mach's ja einfach damit Hm Dann lauf nichts zurück, dass ich noch EPs bekomme Kommst du welche? Ja Gut Du bist noch erholt, ne? Nein, bin ich nicht mehr Sind die auch rumgefummelt, oder was? Ich weiß nicht Das scheint mir so Weil ich war ja tagelang Das gestern war ich Das erste Mal wieder mit der Offline Und äh Es müssten zwei Tage gewesen sein Ja, deswegen Scheiße Verzeiht, aber ich habe keinen Besucher erwartet Ich hab bestimmt nicht gepürzt Aber egal Als guter Gastgeber werde ich mich um euch kümmern Oh Oh, der liegt ja noch So, jetzt aber Juhu So, müssen wir nochmal durch, ne? Hm Ich glaub hier kommt man auch weiter hier hinten, oder? Ich glaub ja Hm Ich glaub ja Hm Hm Achso, dann haben wir ja soweit fertig, ne? Bis, bis, bis woanders Tschüss Bis, 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 bis. Bis, 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 bis